Musik Hey zusammen, wir sind hier im Bikepark Kritik und wie ihr seht, sind wir gerade dran um einen neuen Startturm zu bauen. Die alte hat jetzt 10 Jahre gehalten aber jetzt ist die Zeit für die neue. Dieser Turm soll uns noch mal 10 Jahre halten das heisst aber auch, dass das mit hohen Kosten verbunden ist und um uns das zu finanzieren sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Was kann denn der neue Turm? Kann alles. Kann alles. WLAN, Dusche, Strom, Heizung. Wirklich? Alles. Und jetzt sogar einen Booster eingebauen damit du noch ein bisschen schneller bist als vorher. Okay. Danke, Nina. Das macht es interessant. Vor allem hast du nachher gerade ein cooles Hütchen um das Zeug zu lagern, abzuschliessen. Da wird vielleicht nicht mehr so viel geklaut. Das Zeug geht im Regenhaus nicht so schnell kaputt. Kommt doch alle an unser 10-jähriges Jubiläum Ende Sommer wenn wir alles fertig gebaut und frisch geschapt haben. Es gibt sicher eine fete Party. Bis zum nächsten Mal.